Einen wunderschönen? Hier ist Krone SK und heute geht es um ein Thema, welches sich im ersten Teil der Moffman-Prophezeiungen bereits einmal angerissen habe und welches für den bald folgenden dritten Teil eine zumindest kleine Rolle spielen könnte. Die Men in Black Die Men in Black-Filme mit Will Smith und Tommy Lee Jones sind ja mittlerweile ein recht bekanntes, beinahe schon Kulturgut. Und ganz abwegig ist die Möglichkeit, dass schwarz gekleidete Regierungsbeamte Leute einzuschüchtern versuchen, auch nicht. Insbesondere wenn man bedenkt, dass zur Zeit des Kalten Krieges tatsächlich FBI und CIA-Beamte losgeschickt wurden, um seltsame Flugobjekte zu untersuchen. Weniger, weil diese für außerirdische Objekte gehalten wurden, sondern weil man wissen wollte, ob der Gegner möglicherweise streng geheime Waffen nutzt. Wenn normale Bürger solche Waffen gesehen hatten, dann wurden tatsächlich dunkel gekleidete Beamte losgeschickt, um die Zeugen einzuschüchtern, damit sie ihr Wissen nicht preisgeben. Das gab es wirklich und ist ein historischer Fakt. Doch in diesem Video soll es nicht um solche Beamte gehen, sondern um eine ganz andere Kategorie der Men in Black. Grundsätzlich gibt es zwei Theorien. In der ersten Variante kommen schwarz gekleidete Regierungsbeamte zu jenen Leuten nach Hause, die kurz zuvor ein UFO und oder Außerirdische gesehen haben. Damit die Zeugen ihr Wissen um die Außerirdischen nicht preisgeben, schüchtern die Beamten diese ein, da die Veröffentlichung des Wissens die Grundordnung der Welt erschüttern könnte. Auffällig dabei ist, dass diese Beamten stets als groß, schlank und sehr ähnlich aussehend beschrieben werden. Sprich, diese Beamten sind kaum voneinander zu unterscheiden. Und darauf aufbauend hat sich eine zweite Theorie dazu gebildet. Nämlich, dass diese Beamten überhaupt keine Menschen sind, sondern Außerirdische, die sich nur als Menschen tarnen. Das Ziel ist dabei so ziemlich dasselbe. Die Alien-Beamten wollen nicht, dass ihre Geheimnisse von Zeugen preisgegeben werden. Dies sind erstmal die zwei grundsätzlichen Theorien. Natürlich werden diese Theorien untermauert von Zeugen, die diese Beamten angeblich gesehen haben wollen. Und die Sichtungen solcher Men in Black ziehen sich bis heute hin. Sogar so weit, dass sie mittlerweile auch in Deutschland gesichtet wurden. Aber kommen wir erstmal zum wahrscheinlichen Ursprung bzw. der ersten Sichtung und Erwähnung solcher Regierungs- oder Alienbeamten. Im Jahre 1953 berichtete der Ufologe Orbert K. Bender, der zuvor bereits so einige Ufos gesehen haben will, davon, dass er Besuch von mehreren Wesen in schwarzer Kleidung bekommen habe, die ihm mitteilten, dass er sein gesamtes Wissen über Ufos für sich behalten solle. Anderenfalls solle etwas Schreckliches passieren. Dies hielt Bender jedoch nicht davon ab, von dieser Begegnung in seinem Buch Flying Saucers and the Free Men zu berichten. Dann wurde es erstmal wieder ruhig um die Men in Black. Doch dann, ab dem Jahre 1967, meldeten sich verschiedene Zeugen, die diese Wesen in schwarz ebenfalls gesehen haben wollen. Die interessanteste Meldung stammt dabei wohl von Robert Richardson aus Toledo. Er fuhr im Juli 1967 in der Nacht eine Straße entlang, als plötzlich vor ihm ein leuchtendes und schwebendes Objekt auftauchte, mit welchem er frontal zusammenstieß, da es zum Bremsen bereits zu spät war. Daraufhin flog das Objekt davon. Die Polizei stellte einige Schäden fest, die von einem Zusammenstoß zu kommen schienen. Doch auf der Straße konnten nur Autospuren gefunden werden. Jedoch wurde in unmittelbarer Nähe ein Metallteil gefunden, welches nicht zugeordnet werden konnte. Was jedoch aus diesem Metallstück wurde, ist nicht bekannt. Angeblich soll es noch heute bei der Gesellschaft zur Erforschung von Luftphänomenen zu finden sein. Doch äußerte sich diese Gesellschaft nicht dazu. Jedenfalls klingelte es drei Tage nach dem Unfall um etwa 23 Uhr an der Haustür von Robert Richardson. Dort standen plötzlich zwei große Männer in schwarzen Anzügen und mit schwarzen Sonnenbrillen. Sie befragten ihn freundlich über den Unfall und gingen dann auch wieder. Eine Woche später standen diese Männer erneut vor seiner Tür. Diesmal versuchten sie ihn davon zu überzeugen, dass dieser Unfall nie stattgefunden hat. Sie drohten ihm, dass sie seiner Frau etwas antun würden, wenn er weiter von seinem Erlebnis erzähle. Mehr ist dazu nicht bekannt. Nur, dass er diese beiden Begegnungen der Polizei meldete. Ob und inwieweit diese dann ermittelte, ist nicht genau zu verfolgen. Und obwohl es keine Zeitungsberichte zu diesem Treffen mit den Men in Black gab, meldeten sich in den folgenden Wochen mehrere weitere Zeugen, die von diesen Männern besucht wurden. Interessanterweise gab es insgesamt sechs Meldungen aus Point Pleasant. Jenem überschaubaren Städtchen, in welchem kurz zuvor der Mothman erstmals gesichtet wurde und in welchem schon bald die Silver Bridge in sich zusammenbrechen sollte. Ob und inwieweit dabei ein Zusammenhang besteht, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Nach den diversen Sichtungen im Jahre 1967 wurde es um die Men in Black wieder relativ still. Es gab zwar vereinzelte Meldungen über Besuche dieser seltsamen Männer, doch handelte es sich ausschließlich um Behauptungen, die nicht nachweisbar waren. Und hierbei kommen wir jetzt zum großen Problem dieser Men in Black Sichtungen. Während es bei anderen Phänomenen oder Mysterien immer etwas gibt, was einen möglichen Wahrheitsgehalt unterstreicht, oder es Beweismaterialien gibt, die nicht erklärbar sind, beruht die Men in Black Theorie bisher auf reinen Zeugenaussagen, die allesamt im Zusammenhang mit Außerirdischen stehen. Einen möglichen Beweis, eine Ungereimtheit oder gar eine Aufnahme, die auf den Wahrheitsgehalt der Aussagen hinweisen würden, gibt es bisher nicht, weswegen eine Bewertung oder ein tieferes Eingehen auf die einzelnen Fälle unmöglich ist. Ja, es gibt ein Video, welches solch einen Mann in schwarz angeblich zeigen soll, doch ist dieses Video mit äußerster Vorsicht zu bewerten, denn es wirkt ziemlich künstlich. Aber beurteilt das lieber selbst. Hier ist das Video. Hier ist das Video. Hier ist das Video. Wie ich vorhin erwähnte, wurden die Men in Black auch in Deutschland gesichtet. So gibt es aus Deutschland zwei Fälle, die etwas bekannter sind, da die Zeugen mit Nachdruck darauf bestanden, dass sie sie wirklich gesehen hätten. Da wäre einmal Lothar Schäfer, der im September 1978 einem Men in Black auf einem Fahrrad begegnet sein will, nachdem er 18 Monate zuvor ein UFO gesehen hatte. Der Men in Black sagte zu ihm, er solle niemals ein Wort über das UFO verlieren. Danach verschwand er plötzlich mitsamt dem Fahrrad. Die andere Sichtung ist der sogenannte Knittelfeld-Vorfall vom August 2003. Jürgen Trieb und Waltraud Kaliber fotografierten am 24. August 2003 in Knittelfeld seltsame Lichterscheinungen am Himmel. Kleine Anmerkung, diese Lichter gab es wirklich und sie sind bis heute nicht gänzlich geklärt. Jedenfalls wurden sie einen Tag später von einem schwarz gekleideten Mann besucht, der sie über die Lichter ausfragte und auch die Fotos haben wollte, welche die beiden aber nicht herausrückten. Daraufhin verschwand der seltsame Mann plötzlich und tauchte nie wieder auf. Aber ihr seht, alle diese Fälle haben in etwa denselben Ablauf, doch sind es stets nur Einzelfälle, die mündlich weitergegeben werden, weshalb eine Nachforschung, wie bereits gesagt, so ziemlich unmöglich ist. Und das war mein Man-in-Black-Video. Ich hätte euch jetzt noch ein paar Fälle nennen können, doch liefen diese augenscheinlich genauso ab, wie die bereits genannten. Und eigentlich will ich solche Fälle, die nur durch Hörensagen Verbreitung finden, nicht allzu oft bringen, weil es kaum Möglichkeiten zum Nachforschen gibt. Doch in diesem Fall spielen die Man-in-Black gegebenenfalls im dritten Video der Mothman-Prophezeiung eine kleine Rolle, weswegen ich es zumindest mal erwähnt haben wollte, um nicht einfach irgendwelche Schlagworte in den Raum zu werfen. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video gefallen hat und ich habe jetzt TikTok. Folgt mir gerne dort, sowie auch bei Facebook, Instagram und oder Telegram und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. und letterberalling es mir wirklich tienen Lebensmöglichkeiten. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020